Mein Name ist Timo, ich bin 32 Jahre alt, bis mittlerweile seit über 15 Jahren auf Meerforelle. Moin ihr Lieben, ich bin Sascha. Zu der Angelei kam ich tatsächlich durch einen sehr guten Freund von mir, der mich damals mitgenommen hat. Ja Freunde, mein Name ist Alex, ich bin 32 Jahre alt. Die Meerforelle ist für mich alles. Pascal Justin, 30 Jahre alt, fische mittlerweile mein halbes Leben auf Meerforelle. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin 33 Jahre alt. Untertitelung des ZDF, 2020